Hi YouTube, hier ist Clank Marco. Ich zeige euch heute ein Match aus dem Spiel WWE Smackdown 2 für die Playstation 1. Fangen wir mal an. Exhibition, Single. Da ich nur mit einer Hand filme, werde ich Computer kämpfen lassen. Nehmen wir Triple H. Gegen den Undertaker. Ja, dieses Spiel ist zur Zeit 11 Jahre alt. Ich finde aber, es ist eines der besten Wrestling-Spieler, die es gibt. Und spiele es heute noch sehr gerne. Ja, dieses Spiel ist zur Zeit 11 Jahre alt. Ja, dieses Spiel ist zur Zeit 11 Jahre alt. Ja, dieses Spiel ist zur Zeit 11 Jahre alt. Ja, dieses Spiel ist zur Zeit 11 Jahre alt. Ja, dieses Spiel ist zu machen. so drücken wir kurz auf pause und überspringen den ladebildschirm bis gleich ja und hier bin ich wieder mitten hier im match bei smackdown 2 für die playstation 1 ach ja leute wenn ihr euch das spiel kaufen wollt kauft es euch es ist wirklich sein geld wert und man bekommt das heute echt nachgeschmissen ihr seht die grafik war nicht so gut aber ja